Die NRJ Group ist das größte private Radio-Unternehmen Europas. Gründer und Hauptaktionär ist Jean-Paul Baudig-Roux. NRJ ist die Abkürzung des französischen Namens Nouvelle Radio Genes, was übersetzt Neues Jugendradio heißt. Die korrekte Aussprache des Akronyms UNESCHI ergibt das französische Wort ENERGIE. Außerhalb des französischen Sprachraums ergänzt das Unternehmen sein Logo um den englischen Namen ENERGIE und benutzt diesen auch in der Aussprache. Der Name der entsprechenden Radiostationen. Neben der Dachmarke NRJ ist die börsennotierte NRJ Group je nach Markt mit bis zu drei weiteren Radiomarken ON-Air. Chérie FM, Reier & M, Chansons und Nostalgie. Geschichte 1981 NRJ geht an den Start und wächst im französischsprachigen Raum Im Jahr 1981 ging in der französischen Hauptstadt Paris der erste Radiosender. Unter dem Namen NRJ auf Sendung. Sechs Jahre später, 1987 weitete die NRJ Group ihre Aktivitäten in Frankreich mit Chérie FM aus. 1988 folgten in Belgien und in der Schweiz erste Stationen außerhalb Frankreichs. Mit dem Chanson-Sender Reier & Chansons etablierte die Unternehmensgruppe 1990 einen weiteren Sender in Frankreich. 2001 wird Radio Monte Carlo mitsamt der Radiokette Nostalgie von der NRJ Group erworben. Radio Monte Carlo selbst jedoch kurze Zeit später wieder abgestoßen. Seither gehören die vier Marken NRJ, Chérie FM, Reier & Chansons sowie Nostalgie zum Portfolio des Unternehmens. Darüber hinaus betreibt die NRJ Group Sender auf den französischen Überseedepartements und Regionen Reunion Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique sowie Tahiti und Neukaledonien sowie seit 1988 in der französischsprachigen Schweiz rund um den Genfer See eigenständige Radioprogramme, die ebenfalls auf Französisch ausgestrahlt werden. NRJ betritt den deutschsprachigen Raum Deutschland. Mit dem Sendestart von NRJ Berlin 1991 geht die NRJ Group erstmals im Ballungsraum Berlin und zugleich erstmals in Deutschland auf Sendung. Weitere Stationen folgten seither in Sachsen, München, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Nürnberg, der Region Stuttgart, Bremen und im Rhein-Main-Gebiet. Ab August 2011 wird zusätzlich die bundesweite Verbreitung des Digitalradiosenders NRJ DAB Plus aufgenommen. Die Vermarktung aller mehrheitlich im Besitz der NRJ Group befindlichen Energy Stationen in Deutschland übernimmt seit 1996 Energy Media GmbH. Österreich in Österreich ging 1998 Energy 104,2 in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien auf Sendung. Zehn Jahre später, 2008, folgte mit Energy 99,9 in Innsbruck die zweite Station der NRJ Group in der Republik sowie 2009 mit Energy 94,0 in Salzburg die dritte. Die Verwaltung der drei Sender erfolgt durch die N&MC Privatradio Betriebs GmbH. Neben diesen drei Stationen gehören auch die Sender Radio Graz und Radio 1 seit 2010 zur NRJ Group. Für die letzteren beiden Radiosender war der 2011 Relaunch als Energy Steiermarkt geplant, dies wurde jedoch, nachdem der Konkurrent Krone-Hit-Verstöße gegen die Lizenzen anzeigte, durch die ComAustria abgelehnt. Ab 2013 verbesserte Energy den Empfang im Großraum Wien und Innsbruck neue Frequenzen von Energy Innsbruck. Innsbruck-Telfs-Seefeld 107,7 MHz und Heiljenbach 93,6 MHz. Im Großraum Wien verbesserte Energy den Empfang nordöstlich von Wien. Sender Mistelbach 90,5 MHz, Sender Hornsburg 91,1 MHz Schweiz. Mit einem Anteilskauf in Höhe von 49% an Hit Radio Z in Zürich 2003 entstand erstmals auch in der Schweiz ein deutschsprachiges Hörfunkprogramm der NRJ Group unter dem Namen Energy Zürich. Bereits seit 1988 existiert in der französischsprachigen Schweiz NRJ Lehmann im Genfer Raum, welches mit französischer Sendelizenz ausgestrahlt wird. Sieben Jahre nach dem Start des Senders in Zürich ging mit Energy Bern der zweite deutschsprachige Senderaufsendung. Am 13. Januar 2012 ging mit Energy Basel die inzwischen vierte Station in der Schweiz auf Sendung. 1993 NRJ Energy wird international. Skandinavien 1993 startete auch der Betrieb einer NRJ-Station in Schweden. Bereits 1995 erhielt Energy Schweden weitere 14 neue Frequenzen. Mit dem Programm Start von Energy Helsinki wurde auch der Betrieb im benachbarten Finnland aufgenommen. 1998 folgte mit Aufnahme des Programms in Oslo eine Station in Norwegen sowie 2000 in Dänemark. Noch im selben Jahr erhielt NRJ auch in Norwegen weitere Frequenzen. Osteuropa, Nahosten und Kanada 2006 folgten mit Energy Bulgarien, Energy Ukraine, Energy Libanon und Energy Russland weitere Stationen weltweit. Somit ist die NRJ Group erstmals auch auf dem asiatischen Kontinent empfangbar. Energy Ukraine wurde ab dem 27. April 2006 in Kiew und ab Juni des gleichen Jahres in Sevastopol ausgestrahlt. Ende Dezember 2011 Anfang Januar 2012 stellte der Sender seine Ausstrahlung in der Ukraine ein. Die Frequenzen wurden an Radio 24 übergeben. Seit der Umbenennung der vorherigen Energiestationen in der Provinz Kwebe werden seit 2009 auch in Kanada Radiostationen unter dem Namen NRJ betrieben. 2011 wurde darüber hinaus Radio Nostalgia im Großraum Helsinki sowie im portugiesischen Lissabon und Porto auf Sendung geschickt. Griechenland und Luxemburg. Zudem wurden am 9. Oktober 2011 die zur griechischen Modern Times Group, die bereits in Schweden Energy Stationen betreibt, gehörenden Sender Fresh Radio in Athen und Oasis Radio in Thessaloniki durch eine weitere Franchise-Kooperation ebenfalls in Energiestationen umgewandelt. Der Sender im griechischen Thessaloniki wurde bereits im April 2012 rund ein halbes Jahr nach Sendestart wieder eingestellt. Derzeit liefen auch in Luxemburg Verhandlungen mit der Mediengruppe St. Paul darüber, den Radiosender den Nahen Radio unter der Marke NRJ oder Nostalgie zu relaunchen. Über die lokalen und nationalen Radiostationen hinausgehend betreibt die NRJ Group seit 2006 Webradios unterschiedlicher Genres. Bereits seit 1989 werden Aktien der NRJ Group an der französischen Börse gehandelt. Mit über 400 Frequenzen ist alleine die Marke NRJ Energy Europas größte Radiomarke. 2005 NRJ Group entdeckt weitere Unternehmensfelder. Neben dem NRJ und Energy Hörfunkprogrammen betreibt die NRJ Group seit dem 31. März 2005 den TV-Sender NRJ 12 sowie seit dem 22. März 2007 den Clip-TV-Kanal NRJ-Hits in Frankreich. Beide Sender konnten zunächst auch in anderen Staaten via Hotbird oder Astra empfangen werden. Jüngster Fernsehsender der NRJ Group ist NRJ Paris, er besteht seit dem 20. März 2008. Auch der Regionalsender 7L TV gehörte zum Konzern. Des Weiteren wurde im November 2005 mit NRJ Mobile in Frankreich in Zusammenarbeit mit dem französischen Mobilfunkanbieter SFR ein eigener virtueller Mobilfunkdienst gegründet. Neue Verträge werden mittlerweile in Kooperation mit Orange angeboten. Inzwischen besteht auch in Belgien ein gleichnamiger virtueller Mobilfunkanbieter, der in Zusammen mit Transatel gegründet wurde. Bereits seit 2003 besteht mit NRJ Events eine hauseigene Veranstaltungsagentur. Unternehmensstrategien Expansion Sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Raum setzt die NRJ Group auf eine Drei-Säulen-Strategie. Diese beinhaltet die Übernahme bestehender Radiosender, die Etablierung neuer Radiostationen und zuletzt das Franchise-Prinzip. Seit 2011 verfolgt die NRJ Group verstärkt auch den Ausbau der Marke Nostalgie nach dem gleichen Konzept. Portfolio 2005 beschloss die französische NRJ Group eine Strategie, die das Unternehmen und dessen Portfolio weiterentwickeln soll. Als fünf Säulen gelten dabei künftig die Spaten Radio, Fernsehen, Internet, Veranstaltungsmanagement und Mobilfunk, die wiederum untereinander vernetzt werden, um NRJ als Multimedia-Marke zu etablieren, Kooperationen, National-Sendungen. Unter dem einheitlichen Titel Toast Show strahlen alle NRG-Stationen ihr Morgenprogramm seit 2009 aus. Bereits 2006 gab es einen ersten Versuch ein bundesweites, stets aus unterschiedlichen Städten gesendetes Format unter dem Titel NRG Morning Lire auszustrahlen. Darüber hinaus werden für die Sendungen am Vormittag und Nachmittag ähnliche oder gleiche Titel wie NRG at Work oder NRG am Nachmittag und NRG Interaktiv bzw. NRG Drive Time verwendet. Auch das Format NRG Brandneu greift dieses regionalisierte Prinzip der Programmgestaltung auf. Unterschiedliche Moderatoren informieren auf den einzelnen NRG-Stationen über aktuelle und neue Lieder. Zusätzlich haben die Hörer über den Internetauftritt der deutschen NRG-Stationen die Möglichkeit, aus fünf vorgegebenen Liedern für ihren Favoriten zu stimmen und somit das Programm mitzugestalten. Die sogenannten NRG Music Shows, also NRG Master Mix, NRG Dance und NRG Rock, werden derzeit auf verschiedenen Stationen freitags bis sonntags ab 22 Uhr ausgestrahlt. Bereits in der Vergangenheit wurde die Sendung NRG Master Mix samstags ab 21 Uhr in Berlin, München sowie in Nürnberg freitags ab 23 Uhr ausgestrahlt. Zunächst als Format mit unterschiedlichen DJS aus den Jahres Misch, House, R&M, B, Hip-Hop sowie Black zusammengestellt, wird die Sendung mittlerweile regelmäßig von Milk und M-Sugar aufgelegt. Darüber hinaus bringt NRG in Deutschland unter diesem Titel auch entsprechende CDS heraus, die teilweise auch von unterschiedlichen DJS wie Paul van Dyk oder Benny Benassi zusammengestellt werden. Der Bandscheibenvorfall der NRG-Stationen in der Region Stuttgart, Berlin, Hamburg, Nürnberg, Rhein-Main und München ist eine Radiosendung, die abwechselnd alleine von deutschen und internationalen einzelnen Sängerinnen und Sängern, aber auch Bands moderiert wird. In dieser Sendung stellen die Künstler ihren privaten Musikgeschmack sowie ihre Lieblingslieder vor. Der NRG Web Report war eine weitere Programmkooperation zwischen den Stationen München, Nürnberg, Region Stuttgart, Berlin und Hamburg und lief dort jeweils zwischen 10 Uhr und 19 Uhr immer nach den Nachrichten. Die Sendung wurde zunächst von Carola Jung, zwischen 2004 und 2008 Chefmoderatorin sowie zwischen 2005 und 2008 Programmdirektorin bei NRG Berlin, moderiert. Nach ihrem Wechsel 2009 zu NRG Sachsen jedoch umbenannt und kurze Zeit später eingestellt. Eine gemeinsame weitere Kooperation zwischen den Stationen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Der Region Stuttgart sowie Sachsen stellte die deutschlandweite Radio-Talkshow 911 eine Talkshow bei NRG dar. Entsprechend dem Namen wurde diese von Montag bis Donnerstag zwischen 21 Uhr und 23 Uhr gesendet. Während der Talkshow war es den Hörern möglich, sich per Telefon, Chat oder E-Mail an der Sendung zu beteiligen. Zu bestimmten Themen ihre Meinung einzubringen und zu diskutieren, das Maskottchen der Show waren Nacktmulle. Die Show wurde nach der Sendung vom 14. Oktober 2009 von allen NRG-Stationen kurzfristig abgesetzt. Grund hierfür war laut einem offenen Brief der Senderchefs die meist derbesprache in der Sendung. Am 7. Oktober 2010 gab NRG bekannt, dass ab November 2010 die Radioshow Die Tommy Wosho auf Sendung geht. Die Sendung solle auf allen deutschen NRG-Stationen ausgestrahlt werden und sei somit die erste tägliche bundesweit ausgestrahlte Infotainment-Show Deutschlands. Die Moderatoren sind Tommy Wosho und Katrin Thüring. Am 1. November wurde der Name der Sendung auf Wosho, die NRG-Abendschau, geändert. Die zweistündige Sendung wird von 20 Uhr bis 22 Uhr ausgestrahlt und zwischen 1 Uhr und 3 Uhr wiederholt. Auf NRG-Rhein-Main läuft die Sendung zwischen 2 und 20 Uhr und 24 Uhr. Die Sendung wurde erstmals am 22. November ausgestrahlt. Seit Mitte Juli 2011 moderiert Tommy Wosho alleine bzw. mit Michi Balzer, nachdem Katrin Thüring zum Radiosender Fritz zurückkehrte. Zum 29. Juni 2012 wurde die Sendung endgültig aus privaten Gründen eingestellt. Events Eingeführt als NRG-Live-Bashes stellen die NRG-Live-Sessions-Live-Konzerte angesagter Künstler wie Irina, Mando Diau, Silbermond oder Daffy in privater und etwas anderer Location, da die Austragung sollte der bundesweit ausgestrahlten Sendungen wechseln ebenfalls. Ausgewählte Konzerte werden aufgrund einer Unternehmenskooperation mit dem Fernsehsender RTL 2 aufgezeichnet und in dessen Programm übertragen. Eigene NRG-Live-Sessions strahlen auch die NRG-Stationen in Basel, Bern und Zürich aus. International Schweden, Österreich, Libanon und Griechenland Darüber hinaus werden auch nationenübergreifende Logos oder Titel für einzelne Sendungen, Produkte, Veranstaltungen und so weiter, wie beispielsweise der NRJ-Master-Mix oder Lesex-Neuntel verwendet. Darüber hinaus kommen seit Juni 2011 auf weitgehend allen NRJ-Stationen weltweit gleiche bzw. ähnliche Jingles und Musikbetten zum Einsatz, beispielsweise in Deutschland, Frankreich, Russland und Skandinavien. Events Im Bereich der Eventgestaltung tauchen insbesondere die Titel und Logos der Open-Air-Konzertreihe NRJ in The Park und die der Indoor-Konzertreihe NRJ-Music-Tour immer wieder auf. Wenn gleich sich diese teilweise sehr stark von der Ausgestaltung her unterscheiden. Zu den auftretenden Stars gehörten so in der Vergangenheit beispielsweise Sophie Alice Baxter, Natasha Beddingfield, die Black Eyed Peas, Craig David, Jason Derulo, Fergie, Jennifer Lopez, Mia, Silbermund, die Sugar Babes, Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims, Atomik Kitten, Tayo, CRUZ oder Madcon. Das Event in Berlin, das regelmäßig auf einer schwimmenden Bühne im Berliner Strandbad Wannsee stattfindet, ist zugleich mit bis zu 30.000 Besuchern Deutschlands größtes Gratis-Radio Open-Air. 2011 wurde in der neunjährigen Geschichte von NRJ in The Park die Berliner Veranstaltung aufgrund einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Der Windstarken bis Stärke 8 erwartete kurzfristig vor Beginn abgesagt. Als Vorzeigeshow gelten auch die renommierten NRJ Music Awards, die seit 1999 jährlich in Cannes veranstaltet werden und vor allen Dingen durch ihr internationales Staraufgebot, ähnlich beispielsweise zu den MTV Europe Music Awards, für Aufmerksamkeit sorgen. Im französischen Fernsehen werden die NRJ Music Awards alljährlich vom Marktführer TF1 übertragen, wodurch über 6 Millionen Zuschauer erreicht werden. Darüber hinaus werden zusätzlich im skandinavischen Raum die NRJ Radio Awards durchgeführt, so wie seit 2004 die NRJ's N-Awards bzw. NRJ Movie Awards. Erstmals fanden am 1. November 2007 die NRJ Fashion Awards statt. Am 7. November 2012 präsentieren die NRJ-Sender in Frankreich und Belgien zum ersten Mal die NRJ DJ Awards. 2010 fand zum ersten Mal in Zürich die NRJ Fashion Night statt. Seit dem 21. Oktober 2011 findet die Show auch in Berlin statt. Die Show präsentiert einen Mix aus bekannten Musikstars wie Duran Duran, Glasperlenspiel, Herz oder Frieda Gold und der Vorstellung aktueller Modekollektionen, durch Models, Sender, Hörfunkstationen. Die NRJ Group ist mit verschiedenen Marken international entweder selbst oder durch Franchise-Nehmer vertreten. Zum Markenportfolio im Bereich Radio zählen die Marken NRJ. Deren Programm hauptsächlich aus Musik der Top 40 sowie Nachrichten und kurzen Berichten über aktuelle Themen besteht und sich an die Zielgruppe der 14- bis 4-9-J-Ärigen bzw. die Kernzielgruppe der 20- bis 2-9-J-Ärigen richtet Nostalgie, Kiri FM und Reihe und M-P-Chansons. Darüber hinaus betreibt die NRJ Group mit einer Mehrheitsbeteiligung noch verschiedene Sender in Österreich und Norwegen und ist an einzelnen Sendern mit Minderheitsbeteiligungen aktiv. Die folgende Tabelle zeigt alle Sender der NRJ Group auf, die unter dem Dach der internationalen Marken stehen bzw. die Sender, an denen die Unternehmensgruppe mehrheitsbeteiligt ist. Internet-Radiosender Auf den Webseiten von Radio Energy werden Web-Radios aus unterschiedlichen Musikbereichen verbreitet, deren Anzahl Sender und Musikauswahl sich jedoch je nach Land unterscheiden können. Folgende Web-Radios bietet NRJ mit Stand am 20. August 2008 an. Fernsehsender Folgende Fernsehsender werden derzeit unter dem Label NRJ Energy betrieben. Energy Hits Energy TV NRJ 12. NRJ Hits NRJ Paris Zahlen und Fakten Deutschland-Frankreich Die NRJ Group in Frankreich erreicht durchschnittlich 11,9 Millionen Hörer. NRJ selbst erreicht dabei durchschnittlich 5.847.000 Hörer und hat somit einen Marktanteil von 6,5%. Laut Umfragen von Mediametrie von 2014 ist NRJ damit der meistgehörte Radiosender in Frankreich, dicht gefolgt von RTL. Weitere 3.179.000 bzw. 2.298.000 Hörer erreichen die Stationen Nostalgie bzw. Chérie FM täglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017